Ganz starke Vor- und Gegentoste, schön lang den Ball springen lassen und dann parallel gegen gezogen. Das war ein Ballwechsel der beiden. Mit dem besseren Ende von Steffen Mängels schauen Sie die Wuchten, die sie vorhanden haben. Das ist nägelgerecht. Super, Abschluss! Ja und da hat sich Michael Bubuczica schon gefreut, aber Steffen Mängel... kriegt den Schläger noch hoch. Paralleler Block. Schnelle Spiele... Das super Ballwechsel. Die ersten sechs Punkte zeigen schon, das ist der Leckerbissen, der von Postgeschäftsführer Thomas Stecher angekündigt wurde. Wenn Mängel genau weiß, wo der Aufschlag kommt, dann ist der Rückschlag schon gut. Und die Rückhand ist stark, sehr stark hier aus dem Rückhand, Rückhand parallel gewächst, sind sich voll reingelegt. jetzt muss ich mal. Wir haben das in der Rückschläge geflogen. Wir haben das in der Rückschläge geflogen. Das ist eine Rückschläge geflogen. Aber wir sind die Rückschläge geflogen. Super Ballwechsel hier, Mengel wieder mit seiner 1,95 Meter und mit seinem Rückhand gegen Topspin. Fünf zu zwei, Führung für den Postler. Wahnsinnsball, sehr gut gespielt von Steffen Mengel, gut gelaufen und verdient den Punkt gemacht. Mann zu sieben. Oh, Super Ball. Zum 9 zu 9 hier, hervorragend gespielt von beiden, Mengel mit hervorragenden Rückhand gegen Topspins. Musik Musik Musik